Guten Abend, liebe Zuschauer. Donnerstagabend, zweites deutsche Fernsehen um 22.15 Uhr. Bleiben Sie alle ganz herzlich willkommen. Gut, dass Sie wieder mit dabei sind. Tja, mindestens 25 Mal hat die Bundeskanzlerin in den letzten Monaten mit Wladimir Putin telefoniert, um am Ende zu sagen, ich kann die Intention des russischen Präsidenten nicht einschätzen. So geht es einem irgendwie auch diesmal. Wirklich Waffenruhe und Frieden oder doch lieber ein großes Neu-Russland? An Angela Merkel dürfte es nicht liegen, dass sie aus Putins Worten nicht schlau wird. Worte und Taten passen in der russischen Politik nicht mehr zusammen. Und dabei geben wir alle eine Menge darum, zu wissen, was Wladimir Putin wirklich will. Will er eine Ukraine im permanenten Bürgerkrieg, will er eine Spaltung des Landes und sein Neu-Russland, will er die Ukraine annektieren wie die Krim? Steht uns im Osten also wieder ein Feind gegenüber und Europa am Rande eines Krieges? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Vassil Cheminez, der amtierende ukrainische Botschafter in Deutschland, fordert vom Westen militärische Hilfe. Wir verteidigen europäische Werte. Wladimir Grinin, der russische Botschafter hält dagegen. Kiew muss die Kampfhandlungen einstellen. Eine militärische Lösung darf es nicht geben. Katja Gloger, die frühere Moskau-Korrespondentin des Stern, ist sicher. Putins Krieg gegen die Ukraine ist auch ein Krieg gegen Europa. Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, sagt, Russlands Aggression ist inakzeptabel, aber ein neuer kalter Krieg muss mit allen Mitteln verhindert werden. Richard David Precht, der Philosoph ist überzeugt, die Krise ist kein Bündnisfall für die NATO. Der Osten der Ukraine geht uns nichts an. Und Harald Kujat, der ehemalige NATO-General, weiß, wir können die Ukraine militärisch nicht unterstützen. Wir müssen begreifen, dass nur Verhandeln hilft. Sie sind zu Gast bei Maybrit Ilna. Und noch mal ein herzliches Willkommen in der Runde. Liebe Zuschauer, bei uns sitzen heute Abend der russische Botschafter und der amtierende ukrainische Botschafter. Das ist spannend genug. Vor der Sendung haben Sie beide sich die Hand gegeben. Und die Welt redet gerade wieder über einen hoffnungsvollen Frieden. Die erste Frage an Sie, Herr Grinin. Putin hatte gesagt, er will die Krim nicht annektieren. Und er hat sie nun und er hat gesagt, dass es keine russischen Soldaten auf der Krim gäbe und hat es im Nachhinein doch zugestanden. Warum soll die Welt ihm diesmal glauben, dass er wirklich Frieden will da im Südosten der Ukraine? Herr Wiese, in Bezug auf die sogenannte Annexion der Krim, lassen Sie uns vielleicht ein anderes Mal darüber reden. Aber was die Soldaten angeht, das ist schon zum zweiten Fall, dass Sie mich fragen. Dort sind erlaubt, 25.000 Soldaten zu stationieren. Zu der Zeit der sogenannten Annexion gab es dort etwa 15.000 oder 16.000. Jedenfalls die russischen Soldaten, die sich dort befinden auf der Krim, oder war es früher und jetzt schon, ganz keine Frage, die waren dort absolut legitim. Die Auskünfte aus Moskau sind ja auch entsprechend präzise. Sie sagen, die seien eigentlich nicht da oder sie hätten sich dahin verlaufen oder sie seien im Urlaub, die russischen Soldaten. Glauben Sie, dass man dabei bleiben kann, so zu tun, als würde es nicht tatsächlich auch Belege dafür geben, dass sowohl mit Material als eben auch mit Personal die Separatisten unterstützt werden? Es wird auf allen Ebenen, russischerseits, auf allen offiziellen Ebenen, aber auch in allen möglichen internationalen Gremien unsererseits, die erfundenen Tatsachen sozusagen dementiert und widerlegt in Bezug auf den Aufenthalt angeblich der russischen Truppen dort in der Südostukraine. Und es wird gehört. Und fatalerweise das Gegenteil behauptet, wollen Sie sagen. Wollen wir vielleicht Ihren linken Nachbarn mal fragen, Herr Cheminitz, wie groß sind Ihre Sorgen, dass der Appetit von Wladimir Putin nicht gestellt ist mit der Kremse? Frau Wilner, zunächst möchte ich sagen, die Krim wurde völkerrechtlich annektiert. Das hat nicht nur die Ukraine anerkannt, das hat die internationale Gemeinschaft anerkannt. Und darüber sollen wir immer reden und wir werden auch immer reden. Die zweite Sache vom Anfang an des Konflikts in der Ostukraine, dieser Konflikt ist leider dann in den Krieg übergegangen, verwandelt wurde, war Russland immer Partei. Diese sogenannten Volksrepubliken, wie die alle heißen, die waren niemals Vertreter der Bevölkerung dort in Donbass. Umgekehrt, die Leute wie Boroday, Hirkin und wie die alle heißen, das sind die Russen und die haben von Anfang an diesen Krieg angezettelt. Aber vor einigen Wochen, das ist auch bekanntlich, ist Russland eingedrungen, ist in der Ukraine militärisch präsent. Und wenn der Herr Botschafter sagt, diese Fakten, Tatsachen, dass sich die russischen Soldaten verlaufen oder Urlaub verbringen und so weiter nicht stimmt, dann hören wir, was selbst einer der Anführer von Separatisten sagt, dass russische Soldaten da sind, um uns zu unterstützen. Zweitens lesen wir, was russische Zeitungen jetzt mal, es gibt nicht viele Unabhängige, aber Novaya Gazeta zum Beispiel, was sie schreibt, wie bei Pskow und so weiter russische Soldaten begraben werden, wie das alles funktioniert. Und drittens, einfach geben Sie beim Google einloggen, russischer Soldat wird posiert beim getöteten ukrainischen Soldaten. Dann finden Sie mehrere Fotos. Und ich weiß jetzt nicht, welche Beweise müssen noch weiter belegt werden, um diese Tatsache anzuerkennen. Es gibt Krieg. Leider hat Russland die Ukraine überfallen. Manchmal kann es auch helfen, Wladimir Putin einfach zuzuhören. Wir haben das versucht zu tun. Wladimir Putin. Aus Sicht des russischen Präsidenten ist die Ukraine ein ganz besonderer Nachbar. Wir sind nicht einfach nur Nachbarn. Wir sind de facto, ich habe das schon oft gesagt, ein Volk. Kiew ist die Mutter der russischen Städte. Es ist unsere gemeinsame Quelle. Wir können so oder so nicht ohne einander. Eine Beziehung also, die weit über die Krim hinausgeht. Und tatsächlich, Neurussland. Ein eigenständiges Gebiet, losgelöst von der Ukraine und unter russischem Einfluss. Das scheint dem Kreml-Chef vorzuschweben. In einem Fernsehinterview fordert er vor wenigen Tagen Verhandlungen zu Fragen der Staatlichkeit im Südosten der Ukraine. Und Putin stiftet noch mehr Verunsicherung. In einem Telefonat mit EU-Kommissionschef Barroso soll Putin für den Fall weiterer Sanktionen gedroht haben? Wenn ich will, kann ich in zwei Wochen Kiew einnehmen. Katja Gloger ist bei uns Journalistin beim Stern, hat lange auch für den Stern aus Moskau berichtet. Frau Gloger, wenn jemand wie Putin für diese Region den Begriff Neurussland wählt, wenn er von einer möglichen Staatlichkeit der Südost-Ukraine spricht, findet er dann nicht eigentlich einen Ausdruck dafür, dass seiner Meinung nach dieser Teil eben tatsächlich zu Russland gehört und nicht zur Ukraine? Ist das nicht Ausdruck dessen? Wir können nicht ohne einander, sagt er. Das ist in gewisser Weise richtig, weil die Geschichte der beiden Länder so eng miteinander verbunden ist. Heute mag man das in der Ukraine anders sehen, ob man miteinander kann oder nicht miteinander kann. Ich denke, dass sich nun Stück für Stück die Konturen dessen herausschälen, was Putin im Osten und Südosten der Ukraine vorhat. Ich glaube, es gibt keinen vernünftigen Zweifel daran, dass Russland militärisch in diesem Gebiet engagiert ist. Dafür gibt es eine Fülle von Indizien. Wir hören die ersten politischen Forderungen, wie eine Staatlichkeit dieses Teils der Ukraine aussehen könnte. Anschluss an die russische Zollunion, eine eigene Gerichtsbarkeit, eigene Gesetzgebung faktisch. Also ein großer autonomer Status wie ein Staat im Staat. Und Putin verfolgt damit, ich glaube, drei Ziele. Zum einen, sich für unabsehbare Zeit Einfluss in der Ukraine zu sichern, dass in der Ukraine politisch nichts passiert ohne ihn, ohne seinen Einfluss. Das betrifft natürlich ganz besonders eine mögliche Mitgliedschaft in der NATO. Zum zweiten, ein innenpolitischer Grund, Festigung seines eigenen Regimes, und seinen eigenen Menschen auch nochmal ganz klar zu machen, in Russland wird es keinen Maidan, also eine pro-demokratische Protestbewegung geben, solange er an der Macht ist. Und drittens, und deswegen geht uns im Westen dieser Konflikt so viel an, denke ich, versucht er mit dieser Form der Politik Russland als eine neue Weltmacht zu etablieren. Eine Weltmacht, die nach ganz eigenen Regeln spielt, die Verträge anerkennen kann oder nicht anerkennen kann und im Zweifel auch, sagen wir, über die einzelnen eigenen Grenzen hinaus seine Macht projiziert. Herr Schulz, Präsident des Europäischen Parlamentes. Europa spielt in diesem Konflikt eine besondere Rolle. Sie sind nicht zum ersten Mal in dieser Sendung. Auch Sie haben gehofft, dass Putin mit der Ukraine zufrieden sei und haben geglaubt, dass danach Schluss sei. Sind diese Hoffnungen in Ihren Augen trügerisch? Jetzt reden wir eben über einen Waffenstillstand, über einen möglichen Frieden. Wie sehr kann man ihm glauben? Ich glaube, es ist schwierig, einen Mann wie Wladimir Putin zu trauen. Ich gebe zu, als ich beim letzten Mal hier war mit Herrn Grinin besprochen und diskutiert habe, hatte ich den Eindruck, mit dieser nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrigen Annektierung der Krim, die nicht darauf zurückzuführen ist, dass sie da welche verlaufen haben, sondern die einem kühlen politischen Willen entsprach, sei zunächst einmal ein Vorgang abgeschlossen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, das ist nicht der Fall. Und deshalb müssen wir als Europäische Union eins geben und klar sagen, unbeschadet aller unterschiedlichen Interpretationen, was hinter diesen Wünschen von Putin und der Russischen Föderation steckt, gibt es eins. Russland ist ein veto-berechtigtes Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und hat eine besondere Verpflichtung, das internationale Völkerrecht zu verteidigen. Das, was Russland macht, ist es bricht, dieses Völkerrecht permanent. Das mögen wir nicht. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass diese Herausforderung einer Antwort bedarf. Wer nicht will, dass es eine militärische Antwort ist, und ich halte militärische Antwort für, auch das diskutieren über eine militärische Antwort für, verantwortungslos. Wer das nicht will, der muss die Russische Föderation ökonomisch in ihrem Nerv treffen. Deshalb hoffe ich, dass Sanktionen gegen dieses rechtswidrige Vorgehen nicht nur verhängt werden, sondern auch durchgesetzt werden. Wie der Westen reagiert, darauf werden wir auf jeden Fall noch kommen. Mich interessiert jetzt in dieser Runde noch mal das, was Putin tut. Hätten Sie, Richard David Precht, es für möglich gehalten, dass es einem Politiker in dieser Zeit, im 21. Jahrhundert, noch mal gelingen würde, Grenzen zu verschieben? Also ich möchte einen Satz vorausschicken. Ich bin in dem Trailer als jemand vorgestellt worden, der der Überzeugung ist, der Osten der Ukraine ginge uns nichts an. Das ist falsch. Ich meine, dass es sich mit der Ukraine um ein Land handelt, dass kein Mitglied der NATO ist und dass derjenige, der jetzt hier die Hauptverhandlungen von Seiten des Westens führen sollte oder sich in erster Linie einmischen sollte, die Europäische Union ist und nicht die NATO. Das ist der entscheidende Punkt. Das Zweite ist, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber kluge Leute haben das für möglich gehalten und schwarf schon für sehr lange Zeit. Schon als die erste NATO-Osterweiterung war, Ende der 90er Jahre, haben kluge Leute wie Paul Nitze, das war damals derjenige, der in Wien mit den Sowjets verhandelt hat über die Abrüstung, oder Robert McNamara, der Verteidigungsminister war zur Zeit des Vietnamkrieges später Präsident der Weltbank, gesagt, eure Verschiebung der NATO-Staaten nach Osten wird dazu führen, dass in Russland ein neuer Nationalismus und Revanchismus aufkeimen wird. Russland wird sich davon bedroht fühlen und diese Maßnahme, Stück für Stück die Länder des Ostens in die NATO aufzunehmen, wird sich rächen und wird zu einer Eskalation führen. Das hat man alles schon 1999 gesehen. Die NATO hat sich davon nicht beeindrucken lassen, man hat sich über jedes Land gefreut, was man aufnehmen kann. Und vor zwei Tagen hat anders Frau Grasmussen noch gesagt, dass er durchaus bereit wäre, die Ukraine unter bestimmten Voraussetzungen in die NATO aufzunehmen. So schürt man auch diesen Konflikt. Man ist natürlich auch schwierig, diesen Völkern zu sagen, der könnte nicht in die NATO kommen. Das schürt zu sagen, dass sie nicht in die NATO kommen. Da gibt es gute Gründe. Die Ukraine erfüllt, auch innenpolitisch, keine einzige Voraussetzung, um NATO-Mitgliedsland zu werden. Es ist nämlich ein wichtiger Teil des NATO-Vertrages, dass diese Länder eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit, eine funktionierende Marktwirtschaft und eine funktionierende Demokratie haben müssen und keinen korrupten Oligarchenstaat. Woher nehmen Sie jetzt mal über die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO? Die Frage steht nicht auf der Tagesordnung. Das heißt, die ist für die Russen ausgebrochen wichtig. Bitte? Die ist für die Russen von zentralster Bedeutung. Darum wird da jetzt gepunktet. Für die Russen ist alles wichtig. Ob die Ukraine vielleicht auch atmen dürfen oder nicht. Das geht auch. Sie wünschen... Die Frage der NATO-Mitgliedschaft steht auf der Tagesordnung nicht. Das ist eindeutig. Sie wünschen sich... Zunächst einmal... Sie wünschen sich eine Unterstützung durch Waffen durch die NATO? Sie wünschen... Darf ich noch was sagen? Andererseits, die Ukraine hat eine sehr, sehr gute Erfahrung der guten Zusammenarbeit mit der NATO. Und die Zusammenarbeit mit der NATO ist für uns wichtig für die Reformen weiterhin. Das ist die Frage, die aktuelle Frage, die für uns wichtig ist. Vergessen Sie nicht auch, dass die Ukraine einziger Partner der NATO ist, der in allen Operationen teilnimmt. Das ist auch ein wichtiger Faktor, der auch berücksichtigt werden soll. Ich möchte gerne auf diesen kurzen Einspielfilm nochmal zurückkommen. Und unabhängig davon, ob Wladimir Putin das gesagt hat und wie er es gesagt hat gegenüber dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten. Harald Kujat ist bei uns auch nicht zum ersten Mal ehemaliger NATO-General. Herr Kujat, er sagte, dass, wenn er wollte, er in zwei Tagen Kiew einnehmen könnte, in zwei Wochen Kiew einnehmen könnte. Ist das ein simpler Fakt, den er beschreibt, unter militärischem Gesichtspunkt? Könnte er das? Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber es ist richtig. Das hat auf der anderen Seite die Konsequenz, dass die ukrainische Armee nicht in der Lage wäre, zu verhindern, dass es ein solches... Die ukrainische Armee ist völlig desolat. Die kann ihr Land nicht verteidigen. Das heißt auch, dass wir uns mit der NATO auf eine Überlegung, die heißen würde, einen besonderen Korridor oder einen besonderen Landweg zur Krim zu bauen oder zu genehmigen, die möglicherweise Wladimir Putin zustrebt, zum Schutz der Nachbarn einrichten könnten, ja oder nein? Nein, ich denke, dass es Putin darum geht, das hat er ja auch angedeutet, um die staatliche Verfasstheit. Was kann man so oder so interpretieren? Ich interpretiere es positiv. Er meint damit nämlich, wie die Integration der Ukraine nach außen erfolgen soll. Das muss geklärt werden, Europäische Union oder NATO. Und er meint die innere Verfasstheit. Schutz der Minderheitenrechte, föderative Struktur, ja oder nein? Das sind Punkte, die geklärt werden müssen. Ich denke, in all diesen Diskussionen, wir hören sehr viel Spekulation. Auch was die Frage der russischen Aggression betrifft. Natürlich unterstützt Russland die Separatisten. Das ist ja überhaupt nicht zu leugnen. Ein Beweis dafür, dass Russland mit regulären Streitkräften interveniert hat, habe ich noch nicht gesehen. Ich nehme nur als Beispiel vor einigen Wochen die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten, ist ein 23 russische gepanzerte Fahrzeuge auf ukrainischem Boden zerstört worden. Ich habe kein Foto gesehen. Ich weiß nicht, was mit den überlebenden russischen Soldaten geschehen ist. Ich weiß nicht, was mit den getöteten russischen Soldaten geschehen ist. Wir haben fünf Bilder von Satelliten gesehen, die beweisen sollen, dass russische Streitkräfte in der Ukraine sind. Drei Fotos sind gekennzeichnet, eindeutig als in Russland aufgenommen, auf russischem Territorium. Das heißt, ihr zweifel? Die russischen Fotos sind in der Ukraine aufgenommen worden. Bei den russischen Fotos steht der Ort dabei. Bei den ukrainischen Fotos steht kein Ort dabei, keine Koordinate, nichts. Ich habe Zweifel. Es ist nicht nur so, dass wir vorsichtig sein müssen mit dem, was Russland sagt. Wir müssen auch sehr vorsichtig sein mit dem, was die Ukraine sagt. Und leider Gottes, muss ich auch sagen, wir müssen auch vorsichtig sein mit dem, was der Westen sagt. Wir erreichen uns ja... Herr Lüger? Es ist sicher richtig, dass Wahrheit immer das erste Opfer in einem kriegerischen Konflikt ist. Wir erreichen uns, um diese letzte Frage noch einmal aufzunehmen, nun erreichen uns ja durchaus auch Berichte aus Russland, in denen Soldaten entweder verletzt sind oder gestorben sind. Soldaten, die in ein Manöver geschickt worden sind und sich auf einmal auf ukrainischem Territorium befunden haben. Und das kann einen schon zweifeln lassen. Natürlich, Zweifeln ist erlaubt, aber nicht mit Bestimmtheit sagen, so ist es. Herr Kuhjert, ich weiß nicht, was Sie lesen, was Sie hören. Aber fragen Sie einmal, ich habe heute zum Beispiel an Ihrer Redaktion einige Video- und Fotobilde gesendet, wo ganz klar ist, dass die russischen Soldaten dort in der Nähe von Lugansk mit massiven Präsenz, Panzer und so weiter da sind. Die Leute selbst sagen, das sind die Russen. Das ist einmal. Zum Zweiten, lesen Sie, hören Sie, was zum Beispiel das Komitee der Soldatenmütter sagt. Wie viel, wie viel, äh, das Sie... Habe ich gelesen. Gut, dann dass Sie auch nicht überzeugt, dann müssen wir dann auch weitere dann... Nein, es überzeugt mich nicht. Gut, was soll sich dann überzeugen? Es überzeugt mich nur, dass es sich um russische Soldaten handelt. Die in Verzinkten Särgen nach Hause transportiert werden, wo die Mütter darum bitten, dass es eine Aufklärung gibt, was mit ihren Söhnen geschehen ist. Völlig klar. Aber das beweist überhaupt noch nicht, dass die russischen Streitkräfte auf Befehl der russischen Regierung formal interveniert haben. Es beweist nur, dass es sich um russische Soldaten handelt, die getötet wurden. Mehr nicht. Gut, aber das alleine könnte ja schon ein Beleg dafür sein, dass es auch eine entsprechende Unterstützung nicht nur durch Material gibt, sondern auch durch Personal. Wir müssen in solchen Situationen abwägen, vorsichtig sein. Wir müssen uns doch darüber im Klaren sein, dass eine Lösung, und zwar eine politische Lösung, nur mit Putin erreicht werden kann und nicht gegen Putin. Das sind zwei Fragen. Und wenn man dann im Vorfeld, von wem auch immer, Putin und die Russen, ich will jetzt Russen nicht verteidigen, dazu ist der Botschafter ja hier, der kann das ja machen. Winken Sie nicht ab? Nein, ich bin nur dafür, dass wir selbst mit uns ehrlich umgehen, dass wir uns selbst nichts vormachen. Sonst kommen wir nämlich zu einer völlig falschen Einschätzung der Lage und das hilft nicht zu einer Lösung. Und dennoch hat sich an der Lage ja etwas verändert, sonst hätten wir hier nicht zum x-ten Mal gesessen und uns gefragt, was eigentlich angemessene Reaktionen des Westens sein könnten. Das werden wir als nächstes tun. Es geht weiter, sagen Sie, und wir können den Botschaftern nochmal fragen, Herr Grinin, jetzt muss man nicht jedem Politiker des Westens und auch nicht an der westlichen Öffentlichkeit jede Wahrheit sagen, aber wären Sie nicht den Müttern, den russischen Müttern verpflichtet zu sagen, was aus Ihren Sünden geworden ist? Selbst Madame Psaki, die Pressesprecherin des State Departments, hat vorgestern gesagt, es gibt keine Beweise für diese erfundenen Tatsachen, die immer wieder kursieren. Ich habe Ihren Artikel heute gelesen, den Sie geschrieben haben, da gibt es sehr viele Mutmaßungen und Vermutungen, aber wirklich, es wird übersehen, dass eigentlich Putin, genauso wie alle übrigen Europäer, ein gemeinsames Europa haben will. Und das Ziel von Putin ist eigentlich, das hat er mehrmals gesagt, dass der gemeinsame europäische Raum wirtschaftlicher und humanitär vom Atlantik bis zum Pazifik. Das hat er auch gesagt, aber es gibt interessante Reaktionen, nicht nur des Westens, sondern auch der osteuropäischen Nachbarn. Beispielsweise haben polnische Intellektuelle jetzt einen Appell unterschrieben und warnen darin, dass es gestern Danzig war und heute Donetsk sein könnte. Die Frage ist, kann man sich über die Ängste unserer osteuropäischen Nachbarn, Herr Schulz, einfach so hinwegsetzen? Nein, ganz sicher nicht. Deshalb war ich auch nicht, trotz vieler Übereinstimmung, in allen Punkten einig mit dem, was Herr Precht gesagt hat. Die Staaten des Baltikum beispielsweise oder Polen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, auch aus ihrer historischen Erfahrung, Schutz gesucht haben und den Schutz suchten in der westlichen Staatengemeinschaft der EU und der NATO, die Rechtsstaaten sind, denen hätten wir ja nicht sagen können, eure Sicherheit ist uns egal. Deshalb, glaube ich, war das schon okay. Das ist etwas anderes bei der Ukraine. Da stimmen wir überein. Das können wir nicht ignorieren. Die Leute haben Angst. Ich habe mit Donald Tusk gesprochen vor wenigen Tagen. Ich hatte heute mehrere Regierungsmitglieder aus Estland zu Gast bei mir. Die Leute haben richtig Angst. Die haben Angst. Und das kann ich nachvollziehen. Deshalb will ich Herrn Green Ihnen gerne noch meine Frage stellen. Die habe ich Ihnen schon mal hier gestellt. Weil Sie ja eben die Russische Föderation hier vertreten. Sagen Sie uns doch mal, ob die Russische Föderation die Integrität der Ukraine, so wie sie jetzt ist, anerkennen will. Die Integrität der Ukraine? Natürlich. Darf ich noch eine Frage hinzufügen? Würden Sie denn Leute, die im Inneren der Ukraine diese Integrität infrage stellen und zerstören wollen, unter anderem, indem sie niederländische Linienmaschinen mit Raketen vom Himmel holen, würden Sie die unterstützen oder bekämpfen? Ich möchte Sie darauf achten, dass die Ukraine kein einheitliches Land ist im nationalen Sinne des Wortes. Dort gibt es ziemlich viele Nationalitäten, obwohl die alle Ukrainer sich nennen. Trotzdem, es gibt Westukrainer, Ostukrainer, es gibt auch Südukrainer und es gibt Ungarn, es gibt Polen und so weiter und so fort. Mehr als 100 Nationalitäten. Es gibt Russen. Aber Sie sagen doch auch immer, Herr Green Ihnen, dass Sie die Russen schützen wollen. Wenn Estland jetzt beispielsweise nicht in der NATO wäre oder wenn Litauen nicht in der NATO wäre, könnten Sie dann nicht auch sagen, da müssen wir unsere russischen Mitbürger schützen? Was Litauer, Estland und sonstige Balken angeht und Polen, diese Angst, worüber Sie reden, ob die eine wirkliche ist, da habe ich meinen Zweifel. Herr Green, darf ich vielleicht noch einen Satz sagen, ich will Sie auch nicht provozieren, aber wir haben in den letzten Stunden gehört, dass die russische Regierung bereit ist, mit Dan Poroschenko zu reden und zu einer Vereinbarung zu kommen. Deshalb die ganz konkrete Frage, ich glaube, das ist auch heute Abend ganz wichtig, dass sich dazu mal ein russischer Vertreter äußert. Dazu wären wir auch noch gekommen. Wenn Sie morgen miteinander reden und zu dem Ergebnis kommen, dass all die vielen Nationalitäten geschützt werden müssen, unter dem Dach der Ukraine, so wie sie heute ist, würden Sie dazu Ja sagen? Wir haben mit... Das wäre ein Ziel, um Frieden zu stabilisieren. Herr Schulz, wir haben mit Amerikanern, mit EU-Vertretern, mit den Ukrainer eigentlich die sogenannte Genfer-Vereinbarung, Genfer-Erklärung abgemacht und verfasst. Und dort steht geschrieben, der erste Punkt, so sofortiger Waffenstillstand. Zweiter Punkt, so allgemeiner, inklusiver, breiter Dialog über die Zukunft der Ukraine. Nochmal die Frage nach der Staatlichkeit und der Souveränität des Landes. Was die Staatlichkeit angeht, im Zusammenhang mit dem Interview von Putin, da hat sein Pressesekretär das verdeutlicht und gesagt, der hat gemeint eigentlich die Selbstorganisation dieser Regionen, die selbst entscheiden müssen, wie sie organisiert werden. Wird das eine Föderation sein oder ein dezentralisierter Staat oder wie das alles heißen kann? Aber das Problem liegt darin, dass dieser inklusive Dialog noch nicht da ist. ... stattgefunden hat oder besser gesagt alle Versuche gescheitert sind. Die Frage an Herrn Riminetz. Wenn die litauische Staatspräsidentin sagt, Herr Riminetz, dass sich Putin im Grunde im Krieg mit Europa befindet, hat sie dann recht? Ja, ganz klar. Warum? Das ist wirklich nicht verantwortbar. Herr Präsident, darf ich jetzt mal auch ein paar Worte sagen? Dankeschön. Erstmals, weil Herr Botschafter sich sehr um die Frage der inneren Entwicklung in der Ukraine sehr kümmert, ob die Ukraine jetzt geteilt oder nicht geteilt ist. Wir sehen nur einfach die Tatsachen. Die Mehrheit der Ukraine haben sich bewusst für die europäische Integration entschieden. Das ist ganz klar. Diese Zugehörigkeit zu Europa ist nicht von heute auf morgen gekommen, sondern hat eine mehr als tausendjährige Geschichte. Fangen wir auch mit Kieweruys, schon damals sehr, sehr gute Kontakte mit europäischen Höfen. Dann war das Magdeburger Recht, wo auch sehr, sehr gute Zusammenarbeit funktionierte, beste Vernetzung und so weiter. Die Tatsache ist, auch in der Sowjetzeit, wenn die Ukrainer viel nach Sibirien verschleppt wurden, die auch verfolgt wurden und so weiter, trotzdem war die Mehrheit für Europa auch nach der Unabhängigkeit. Die Tatsache ist, dass die Ukrainer dafür, dass sie sich für einen europäischen Weg entschieden haben, übrigens bei dem letzten Wahlkampf bei Parlamentswahlen 2012, die Parteiregion von Yanukovych hat im Osten der Ukraine die meisten Stimmen bekommen mit dem Wahlkampf, mit dem Wahlthema europäische Integration. Das war überall unterstützt. Ich will jetzt nicht sagen 100 Prozent, aber gute 60, 70 Prozent sind da. Soll dann die Mehrheit akzeptiert werden. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist auch, heutzutage mehr als 90 Prozent, die letzten Umfragen der Ukrainer, angesichts der russischen Aggression, die fühlen sich Ukrainer. Schauen Sie die Bilder im Osten der Ukraine, im Slaviansk, in Kramatorsk, in Mariupol. Die Leute bekehren sich zu einer Ukraine. Das ist auch die Tatsache. Wir können hier viel diskutieren, ob Ukraine geteilte Land oder nicht geteilte ist. Das sind die Tatsachen. Und die Ukrainer haben wie jedes Land das Recht, selbst zu bestimmen, ob das Land sich in die europäische Richtung entwickeln soll, beziehungsweise in eine eurasiatische Union. Heutzutage will die Mehrheit eindeutig Europa. Die Haltung. Dann Frau Gloger mit einer Retoure. Ich denke, die Ereignisse der vergangenen Wochen haben drei Dinge gezeigt. Zum einen, dass Putin nicht bereit sein wird, eine militärische Niederlage der Separatisten zu akzeptieren. Könnte er sich das überhaupt leisten? Zu Hause? Könnte er. Wird immer schwieriger, natürlich. Je mehr Menschen sterben, je mehr Flüchtlinge unterwegs sind, die Menschen leiden. Und die Kraft und Macht der Propaganda, die wird ja irgendwann auch Realität. Also ganz so einfach ist es nicht. Aber aus seinen außenpolitischen Interessen heraus wird er eine militärische Niederlage der Separatisten nicht akzeptieren. Genauso wie der ukrainische Präsident Poroschenko erkennen muss, dass er die Situation militärisch nicht lösen kann. Daraus ergibt sich ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass nämlich beide Seiten versuchen, zu einem ersten Waffenstillstand, Feuerpause, Waffenstillstand zu kommen, möglichst ohne Gesichtsverlust. Und Putin kann aus der Position, sagen, des Siegers heraus verhandeln. Gut, also dann jetzt an dieser Stelle nochmal die Frage, das alles eingenommen und inkludiert. Gibt es eine berechtigte Hoffnung darauf, Herr Precht, dass wir jetzt ab morgen tatsächlich nicht nur über einen Waffenstillstand reden, sondern über einen möglichen Frieden in der Südostukraine? Und was ist der Preis dafür? Also da stellen Sie mir die falsche Frage, weil ich nicht der Experte bin, der das wirklich weiß. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch niemanden, der das weiß. Der sich trauen könnte, eine solche Einschätzung zu geben? Ja, ich könnte mir vorstellen, also nach allem, was man weiß, und Herr Kujat hat ja zu Recht gesagt, wir werden von allen Seiten belogen. Es ist unglaublich schwierig, sich ein objektives Bild der Lage zu machen. Aber es sieht doch stark danach aus, als ob die ukrainische Armee hat einsehen müssen, dass sie das Land militärisch nicht in den Griff kriegt, aufgrund der massiven Unterstützung der Separatisten durch Russland, sei es durch Soldaten oder nicht. Die Folge wird also sein, dass man dauerhaft von ukrainischer Seite keine militärische Lösung mehr anstreben kann, weil man diesen Krieg nicht gewinnt. Folglich gibt es von da an relativ gute Aussichten auf einen Waffenstillstand und möglicherweise auch auf Friedensverhandlungen, wie auch immer die aussehen mögen. Zwei ganz kurze Bemerkungen, eine zu Ihnen. Sie haben gesagt, die Ukraine ist ein Vielvölkerstaat und Sie haben das in dem Zusammenhang Wahrung der territorialen Integrität ins Spiel gebracht und haben das damit verwässert. Russland ist auch ein Vielvölkerstaat. Da leben noch sehr viel mehr Völker als in der Ukraine und ohne, dass wir deswegen die territoriale Integrität infrage stellen. Da bin ich auf Ihrer Seite. Sie machen Geschichtsklitterung, indem Sie sagen, die Ukraine sei immer schon ein Europa gut vernetztes Land gewesen. Die Ukraine hat ein armes Schicksal gehabt. Sie war der Spielball anderer Mächte. Sie hatte ihre große Zeit tatsächlich im Kiew verrußt. Dann war es Kosakenstaat. Dann wurde es aufgeteilt. Dann gehörte ein Teil zu Polen, ein Teil gehörte zu Österreich. Dann gehörte es wieder zu Russland. Dann kurze Zeit mal wieder nicht und dann wieder doch. Also die Ukraine ist nicht ein in Europa vernetztes Land, sondern die Ukraine ist ein bedauernswertes Land, an dem sich die Großen in der Geschichte immer wieder neu vergangen haben. Die einzige von dem, was Sie sagen, was wirklich hier relevant ist, ist, dass Sie sagen, der Großteil der Bevölkerung in der Ukraine heute fühlt sich als Europäer und will zu Europa. Das müssten Sie beweisen, aber da bin ich bei Ihnen. Beweise ganz kurz. Ganz kurz beweisen. Maidan, wie die Leute wirklich europäische Werte verteidigt haben. Das ist ein Beweis. Zweiter Beweis, demokratische Wahlen. In der Ukraine regelmäßig, wenn die Wahlen fehlen, meistens sind sie demokratisch. Das sind, glaube ich, überzeugende Beweise. Letztes Beispiel. Aber Russland gibt es auch demokratische Wahlen. Ja, dann fragen Sie den Wohlstoff. Wollen Sie das einschreifen? Bitte? Zweifeln Sie das einschreifen. Darf ich eins bringen? Sie dürfen einspringen und uns die Frage beantworten, wie demokratisch eigentlich Russland ist und wie demokratisch es sich verhält und ob wir tatsächlich, dann kommen wir wieder zur Reaktion des Westens, mit Russland plötzlich einen neuen Gegner in Europa haben. Es gibt nicht wenige osteuropäische Länder, die Angela Merkel vorwerfen. Sie würde mit Ihrer Telefondiplomatie genau das Gegenteil erreicht haben, nämlich eigentlich nichts. Wer könnte Sie davon überzeugen, dass es nichts Besseres gäbe als einen Frieden in Europa? Ich habe schon damit begonnen und gesagt, unser Ziel ist ein gemeinsames Europa, wo die unteilbare Sicherheit ist, gleiche und unteilbare Sicherheit. Deswegen haben wir 2008 einen Vertrag... Die NATO-Russland-Akte? Nein, nein. Ach so, den meinen Sie nicht. Okay? Wir haben ein Projekt eines Vertrages vorgeschlagen über gleiche und unteilbare Sicherheit in Europa. Ist irgendwo dann in Ausschüssen, Gremien gemeinsam erfolgreich begraben worden. Jetzt haben wir proklamiert, dass wir dafür sind, dass dieser gemeinsame Wirtschafts- und humanitäre Raum vom Atlantik bis zum Pazifik ausgebaut werden sollte, wo alle ihren Platz bekommen und auch Russland. Wir wollen unsere Sicherheit und unsere Staatlichkeit nicht gegen die Europäer aufbauen, sondern mit ihnen. Und das ist unser Ziel. Und meine Bemerkung in Bezug auf die Vielvölker, die dort leben, das bedeutet nicht, dass ich die Integrität des Staates Ukraine infrage stelle. Es handelt sich darum, dass diese Staatlichkeit der künftigen Ukraine an einem runden Tisch bestimmt werden soll. Und das war eigentlich der wichtigste Punkt des Abkommens, das am 21. Februar unterzeichnet worden ist und dann in ein paar Tagen in den Papierkorb geworfen worden ist von den Oppositionellen, die sofort dann einen Umsturz organisiert haben. Moment. Umsturz organisiert haben und sich... Französischer Außenminister, deutscher Außenminister, UNZE. Ja, Russland nicht unterzeichnet. Und sich als die Regierung der Sieger genannt haben. Das sind die Oppositionellen. Die vertreten eigentlich die Ansichten eines begrenzten Teils des politischen Spektrums in der Ukraine. Sie vertreten Ansichten eines begrenzten Teils der Gesellschaft, der Bevölkerung. Und das bezieht sich nicht nur auf die politische Ansichten. Wir nutzen diese Chance, Herr Grinin. Wir haben den ukrainischen Botschafter in dieser Sendung und den russischen Botschafter in der Sendung. Ab morgen könnte es zu einem Waffenstillstand kommen und es könnte zu einer Neuauflage dieser Krisengespräche kommen, unter Beteiligung der USZE. Können Sie uns beide, indem Sie sich in die Augen schauen, sagen, ob Sie daran glauben und wirklich daran glauben, dass es zu einer Waffenruhe kommt, dass es keine 2000 Kilometer lange Grenze am besten zu Russland gibt, wie Kiew als letztes noch sagte, dass es keine neuerlichen Bombardierungen von Städten in der Südostukraine gibt und entsprechende Übergriffe gibt, sondern dass der Westen tatsächlich substanziell darauf bauen kann, dass beide Seiten an einem Frieden interessiert sind. Frau Elner, das fängt nicht nur von Putin und Poroschenko ab, die eigentlich das ausgearbeitet haben und vereinbart haben. Der Putin-Plan, der nachdem vorgelegt worden war, das war das Ergebnis des Gesprächs zwischen Poroschenko und Putin. Es hat schon mal ein solches Treffen zwischen Putin und Poroschenko gegeben, das hat auch nicht lange gehalten. Poroschenko hat schon erklärt heute Abend, dass er bereit wäre, morgen ab um 15 Uhr Waffenstillstand zu erklären. Wie sehr glauben Sie beide daran? Könnten wir es einfach probieren, in diesem Fall auf die Spitze zu treiben? Wie sehr sind Sie beide davon überzeugt, dass es dazu kommen wird? Frau Elner, das geht nicht nur von Putin und Poroschenko ab. Ich sage es nochmal. Sie haben es nochmal gesagt. Richtig, Sie müssten tatsächlich irgendwie die Separatisten in den Griff bekommen und die Ukraine müsste ihren Armee-Einheiten sagen, dass es ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen gibt. Ist es in Ihren Augen realistisch? Sagen Sie einfach ja, nein. Frau Elner, ich möchte jetzt mal dem Botschafter von Russland danken, dafür, dass er jetzt klar gesagt hat, dass er für interukrainische territoriale Integrität ist. Zweitens auch, ich danke für seine Idee, die er wieder angesprochen hat, Wirtschaftsraum von Wladivostok bis nach Pazifik, Lissabon. Das ist eigentlich Sinn dieser Geschichte und das ist auch Teil dieses Assoziierungsabkommen, aber das die Ukraine mit der EU unterzeichnet hat. Aber wenn das jetzt mal so sein soll, der Wirtschaftsraum, warum macht Russland Probleme für die Ukraine, beziehungsweise warum will Russland politische Führung Russlands verhindern, den europäischen Weg? Weil dafür werden wir bestraft, wenn dann jetzt die, Sie erinnern sich vor einem Jahr, September, was Russland dann mit Stopp-Einfuhren und so weiter organisiert hat, um zu zeigen, was die Ukraine erwartet wird. Aber das waren die wirtschaftlichen Maßnahmen, mehr jetzt mal, wir haben militärische Maßnahmen. Also das ist das für uns das Problem. Und jetzt mal, was Frieden betrifft, oder Waffenruhe. Der Präsident Poroschenko hat mehrmals konkrete Vorschläge gemacht, auch konkret. Wie sehr glauben Sie daran? Einseitige Waffenruhe hat fast zehn Tage gedauert. Dann hat er immer gesagt, Waffenruhe von den beiden Seiten. Ich gehe davon aus, dass dieser Plan mit den Vorschlägen des Präsidenten Putin dann wirklich sozusagen umgesetzt wird. Und wir werden nie müde, der Präsident der Ukraine, die Regierung, wir werden nie müde zu verhandeln, dass wir endlich den Frieden herbei bekommen. Immerhin nicht die Ukraine hat ein anderes Land überfallen, sondern wir wurden überfallen. Deswegen ist es unser Interesse, dass der Frieden kommt. Dafür aber müssen wichtige Kriterien, also statt finden, insbesondere bei der Seite Gewaffnung und auch die Kontrolle der Grenze. Und das ist auch der Sinn, der viele, viele Verhandlungen in Berlin und Gern. Und leider, wir sehen von der Seite Russlands Deklarationen, aber keine konkreten Taten. Wir hoffen sehr, dass ab morgen auch konkrete Taten kommen werden. Wir könnten uns noch mal anschauen, wie auf diese besondere Situation seit letzter Woche eben auch der Westen reagiert. Es hat zu Beginn dieser Woche am Montag eine Rede des Bundespräsidenten Joachim Gauck gegeben, und zwar zum 25. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges. 75, Entschuldigung, 75. Jahrestag, und da hören wir jetzt noch mal rein. Sorry. Nach dem Fall der Mauer hatten die Europäische Union, die NATO und die Gruppe der großen Industrienationen jeweils besondere Beziehungen zu Russland entwickelt. Diese Partnerschaft ist von Russland de facto aufgekündigt worden. Wir werden Politik, Wirtschaft und Verteidigungsbereitschaft den neuen Umständen anpassen. Die Geschichte lehrt uns, dass territoriale Zugeständnisse den Appetit von Aggressoren oft nur vergrößern. Herr Schulz, eine Äußerung in ähnlicher Härte und Schärfe hat man von Ihnen noch nicht gehört und auch von der Bundeskanzlerin noch nicht gehört. Nochmal, Ostukraine kritisieren die Bundesregierung dafür und werfen ihr sogar eine Appeasement-Politik vor. Glauben Sie, dass es richtig ist, so verbal auf die Pauke zu hauen? Der Bundespräsident hat, wie ich finde, kluge Sätze gesagt in Warschau in dieser Rede. Ich würde mir aber wünschen, dass hohe Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland das tun, was zum Beispiel Herr Kujat hier heute Abend gemacht hat, kritische Fragen zu stellen, bevor man zu schnellen Schlussfolgerungen kommt. Und deshalb will ich ja auch mal eins sagen, dass ein ehemaliger Chef des militärischen Teils der NATO hier solche Fragen stellt. Ich würde mir nebenbei wünschen, der Generalsekretär der NATO würde mal so reden, wie Sie heute Abend hier geredet haben. Kritik an Herrn Rasmussen. Das heißt, der NATO-Generalsekretär geht Ihnen in seinen Formulierungen zu weit? Eindeutig, weil er von Prämissen ausgeht, die zum Beispiel ein führender General wie Herr Kujat infrage stellt. Ich will überhaupt mal sagen, an dieser Stelle, Unterschied zwischen Politikern und Militärs, das ist für mich auch etwas Neues, das habe ich in meinem Amt gelernt. Wir haben es in Europa mit Militärs zu tun, die manchmal, was ihr Handwerk angeht, nämlich den Krieg und den Frieden über Soldaten und Präsenz von Soldaten zu sichern, deutlich zurückhaltender sind als Politiker. Das finde ich erst 75 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges ein gutes Zeichen, dass wir Deutschland genereller haben wie Herrn Kujat. Ich bin, was die Rhetorik angeht, folgender Auffassung. Wer will, dass man Konfrontation vermeidet, der darf auch nicht verbal aufrüsten. Und deshalb ist auch die Sprache verräterig. Ich würde mir wünschen, wir würden so reden, dass wir Kritik üben, ziemlich offen, aber immer die Tür offen lassen für den Dialog, der hoffentlich morgen dann zum Waffenstillstand und danach eben zu einer friedlichen und wirtschaftlich stabilen Weiterentwicklung führt. Deshalb ganz klar, rhetorische Aufrüstung ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wenn Herr Kujat, der hochgelobte General, Barack Obama sagt, Putins Vorgehen ist eine Gefahr für den Frieden in ganz Europa. Wenn wir Äußerungen hören, die mittlerweile eben an Schärfe nichts zu wünschen übrig lassen und sagen, wir müssen endlich reagieren, wir können nicht weiter nur zugucken, unsere Zweifel haben und am Ende diese Zweifel leider nicht bestätigt bekommen. Warum macht der amerikanische Präsident das? Weil es ihm leichter fällt, als uns Europäern so zu reagieren? Naja, das ist diese Reise in die baltischen Staaten, die hat natürlich Bedeutung, innenpolitisch Bedeutung für den amerikanischen Präsidenten. Und dort als Beschützer der baltischen Staaten aufzutreten, das kommt in Amerika gut an. Aber vielleicht sollte man auch in diesem Zusammenhang sagen, wenn es nach den Vereinigten Staaten gegangen wäre, dann wären die baltischen Staaten heute nicht in der NATO. Das haben sie Deutschland zu verdanken. Ausschließlich Deutschland. Das sollte man vielleicht auch einmal sagen. Und wenn wir auch andere Maßnahmen sehen, zum Beispiel den Schutz des Luftraumes der baltischen Staaten seit 2004, das ist auch gegen heftigsten amerikanischen Widerstand von einem Deutschen durchgesetzt worden. Warum glauben Sie, tut Putin, sage ich jetzt schon? Von mir. Da müssen wir dem General gleich nochmal danken. Warum tut Barack Obama das jetzt? Sie sagen, es nutzt ihn innenpolitisch. Ist da eine Sehnsucht da, dieses alte Besteck sozusagen der Abschreckung wieder aus dem Karton zu ziehen? Erklären Sie es uns. Die Abschreckung war ja nie ganz weg. Abschreckung hat es immer gegeben. Nur sie ist eben in den Hintergrund getreten, weil die Partnerschaft mit Russland, die strategische Partnerschaft mit Russland in den Vordergrund getreten ist. Aber interessanterweise hat Moskau doch diese NATO-Partnerschaft immer misstraut. Auch da ist es interessant, nochmal in die Geschichte zu schauen und nicht nur Herrn Putin zuzuhören, sondern irgendwie auch nochmal zu gucken, wie das eigentlich zu Beginn der 90er Jahre war. Die NATO und Russland. Am Anfang stand ein Versprechen. Im Gegenzug zur deutschen Einheit soll die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken. Eine klare Zusage des damaligen Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher vor der Wiedervereinigung. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleifen wollen, sondern das gilt ganz generell. Doch der Westen bricht sein Versprechen. Als erste Länder kommen 1999 Polen, Tschechien und Ungarn aus der ehemals sowjetischen Einflusssphäre in die NATO. 2004 sind die nächsten an der Reihe. US-Präsident George W. Bush heißt gleich sieben Länder des früheren Ostblocks in der NATO willkommen. Auch die Ukraine und Georgien wären wohl längst in der NATO, wenn Bush sich durchgesetzt hätte. Das gebrochene Versprechen von 1990 hat der Mann in Moskau nie vergessen. Bis heute nicht. Nie haben wir ein Entgegenkommen des Westens gespürt. Im Gegenteil, wir sind betrogen worden. Entscheidungen wurden hinter unserem Rücken gefällt. Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. So war es mit der NATO-Osterweiterung und mit der Stationierung von Raketen an unseren Grenzen. Uns wurde immer gesagt, das betrifft euch nicht. Das ist leicht gesagt, das betrifft euch nicht. Herr Kujat, das sind nur ein paar Auszüge und ein paar Blicke in die Geschichte, auch in die nähere Geschichte. Nochmal die Frage an Sie. Was glauben Sie, wie sehr Moskau diese Partnerschaft wirklich als eine Partnerschaft empfunden hat und nicht das Gefühl hatte, dass Verträge seitens der NATO gebrochen wurden? Ich denke, wir müssen zurückgehen zum NATO-Russland-Grundlagenvertrag. Der Kalte Krieg hat eigentlich 1997 geendet mit der Unterzeichnung des NATO-Russland-Vertrags. Die strategische Partnerschaft mit Russland hat im Grunde eine neue Phase eingeleitet. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir an diesem Dokument festhalten, auch wenn Russland Prinzipien aus diesem Dokument verletzt hat. Aber die NATO hat dieses Instrument auch nicht genutzt für ein Krisenmanagement. Denn der NATO-Russland-Grundlagenvertrag sagt ausdrücklich, wenn es Meinungsunterschiede gibt, dann sind die in einem guten Sinne innerhalb des NATO-Russland-Rates gemeinsam zu lösen. Das hätte man hier sehr gut in diesem Krisenmanagement für die Ukraine einsetzen können. Gut, dann erklären Sie uns, was die NATO jetzt tut. Die Kritik an Rasmussen ist schon formuliert, die Kritik an Barack Obama auch. Jetzt reden wir über Aktionspläne, über eine schnelle Eingreiftruppe, über eine Speerspitze. Ist das in Ihren Augen Symbolpolitik, weil wir mehr sowieso nicht können? Nein, wir müssen zwei Dinge wirklich sorgfältig auseinanderhalten. Das eine ist die Lösung des Konfliktes in der Ukraine. Da muss es einen politischen Fahrplan geben, der für alle Seiten klar macht, wohin es führt, wie die politische Lösung aussieht. Und das kann beginnen morgen mit diesem Waffen-Chichan. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür. Vor allen Dingen, wenn er sorgsam überwacht wird von einer neutralen Instanz der OSZE oder wem auch immer. Insofern muss man sagen, nehmen wir Putin beim Wort jetzt und reden wir mit ihm darüber. Und wenn es notwendig ist, aus unserer Sicht, diese sieben Punkte zu verändern, dann gut, dann muss man darüber reden. Aber man darf nicht einfach sagen, wir werden hier wieder von Putin taktisch ausgetrickst. Das ist das Erste. Doch, der ukrainische Ministerpräsident hat das sofort abgelehnt. Ja, muss man auch sagen. Ja, Herr Zinnjuck. Nicht nur. Na gut, auch andere. Mag ja sein. Aber der auch. So, das Zweite. Der vor allem. Der vor allem. Das Zweite ist die Besorgnis der baltischen Staaten und Polens, dass sich eine solche Situation in irgendeiner Form wiederholen könnte. Und da muss selbstverständlich die NATO-Vorkehrung treffen, ob das berechtigt ist oder nicht berechtigt ist. Ich persönlich habe überhaupt keine Zweifel, dass Russland diese rote Linie NATO-Mitgliedschaft ganz strikt beachten wird. Aber gleichwohl muss man die Perzeption in diesen Staaten, die Besorgnis der Bevölkerung natürlich ernst nehmen. Noch mal die Frage danach, was jetzt alles auf dem Plan steht. Das sage ich ganz kurz noch. Gefordert wird ja deshalb eine permanente Stationierung multinationaler Truppen. Ähnlich wie in Deutschland während des Kalten Krieges. Das hat den Vorteil, wenn es wirklich zu einer Aggression kommt, dann sind eben nicht nur die estnischen oder litauischen Streitkräfte betroffen, sondern auch die amerikanischen, deutschen, britischen. Und sozusagen der Artikel 5 wird automatisch in Kraft gesetzt. Das ist das, was die Staaten im Sinn haben. Das wollen die meisten NATO-Staaten nicht. Aber sie wollen natürlich in irgendeiner Form Sicherheit geben. Deshalb diese Kompromisslösung. Wir stationieren Material und Ausrüstung in diesen Ländern. Das Personal ist relativ leichter nachgeführt. Und dann erhöhen wir unsere Reaktionsfähigkeit. Das ist nämlich im Augenblick das Problem. Die NATO wäre in einem solchen Fall nicht schnell genug vor Ort. Auch hier gibt es das Beispiel aus dem Kalten Krieg, kennen wir alle, Reforger, Reinforcements for Germany. Jeden Herbst kamen zigtausende Amerikaner hier nach Deutschland. Das Material war eingelagert, die Waffen. Und innerhalb von 72 Stunden standen sie an der innerdeutschen Grenze. Das ist das, worum es geht. Worum es geht. Müssten die Deutschen nicht auch in diesem Fall dann wenigstens anbieten, der Ukraine militärisch zu helfen, also mit Waffen zu helfen, so wie wir beispielsweise den Kurden helfen? Nein, das sehe ich nicht so. Ich denke, dass es kein Problem von Waffen ist. Die ukrainische Armee ist in einem ganz miserablen Zustand. Das hängt mit der Führung der Streitkräfte zusammen. Das hängt mit der Moral der Streitkräfte zusammen. Jede Form einer inneren Auseinandersetzung, ich will es jetzt nicht Bürgerkrieg nennen, aber jede Form einer inneren Auseinandersetzung ist eine enorme Belastung für die Moral der Streitkräfte. Durch gute Waffen gibt es noch keine gute Armee. Also ich bin absolut und strikt dagegen. Ich denke, dass die Ukrainer hinreichend ausgerüstet sind. Die NATO hat im Übrigen jahrelang, auch in meiner Zeit, als ich Vorsitzender der NATO-Ukraine-Kommission war, die Umstrukturierung der ukrainischen Streitkräfte begleitet und beraten. Gut. Das ist alles geschehen. Nochmal die Frage an die Politik. Es muss jetzt hart durchgegriffen werden, heißt es, Herr Schulz, es muss substanziell sein, es muss spürbar sein für die Russen, dass der Westen es ernst meint. Machen wir diese Verbalakrobatik, je ratloser wir werden? Oder ist es in Ihren Augen tatsächlich ein Zeichen von Mehreinigkeit in Europa und in der NATO? Ich glaube, das ist schon ein Zeichen von Mehreinigkeit in Europa. In der NATO sind wir relativ unterschiedlicher Auffassung. Nach wie vor? Nach wie vor. Und das wird auch nicht weggehen. Das wird so bleiben. In der Europäischen Union, das will ich zugeben, gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. In einem Punkt sind wir uns aber einig. Und das will ich gerne noch mal in Erinnerung rufen. Die unterschiedlichen Bedingungen, die unterschiedliche Länder haben, dürfen nicht dazu führen, und dass wir eine Ordnung, die wir in dieser Welt, in den Beziehungen zwischen Staaten brauchen, das Völkerrecht, so mal hoppla hopp, außer Kraft setzen. Man kann darüber diskutieren, welche Motive die Russen haben, ob die im Recht sind oder im Unrecht, ob die Ukrainen im Recht sind oder im Unrecht. Aber eins ist klar, die Russische Föderation hat die Ukraine anerkannt, als Staat. Und wenn man jetzt mal schnell hingeht und sagt, wir verschieben aber jetzt mal einseitig wieder Grenzen, dann kann man das nicht hinnehmen. Ich bin gegen jede militärische Auseinandersetzung. Weil die wirklich vermieden werden muss. Aber man darf der russischen Regierung auch nicht durchgehen lassen, dass sie mit anderen Staaten spielt, auch mit uns spielt. Und deshalb glaube ich, wirtschaftliche Sanktionen bei der Energie, bei den Waffenlieferungen und bei der Einfrierung von russischem Kapital, ich glaube, das trifft das Land am stärksten. Da muss die Europäische Union vielleicht sogar noch eine Schaufel drauflegen. Oder aber, das hoffe ich, wir haben ab morgen eine Plattform zur Deeskalation. Das werde ich mir von Herzen wünschen. Ich will uns allen sagen, im Gegensatz zu Herrn Jacenjo, Ihrem Ministerpräsidenten, ist der Poroschenko, der neu gewählte Staatspräsident, ein sehr konstruktiver. Darf ich nur einen Satz ergänzen zum Herrn Präsident Schulz? Russland hat die Ukraine nicht nur anerkannt, sondern Russland gilt auch als Garant der Sicherheit der Ukraine, laut des Memorandums von Budapest 1994. Und das, was die Ukraine damals geleistet hat, das ist auch, soll das auch entsprechend gewürdigt werden. Denn immerhin, drittgrößte Atomwaffenarsenal haben wir freiwillig aufgegeben. Und was haben wir jetzt dafür? Wer hat dann jetzt unsere Integrität verletzt? Einer der Garanten. Seien Sie froh, dass Sie das aufgegeben haben. Stellen Sie sich vor, Sie hätten wie heute noch. Darüber haben wir schon gesprochen. Ob es tatsächlich zu Ihrem Nutzen ist, das wird die Ukraine gegebenenfalls anders entscheiden als wir. Die Frage nochmal nach der jetzigen Reaktion des Westens. Da wird von dem neuen Feind gesprochen. Es wird davon gesprochen, Herr Precht, dass wir wieder zurückgekehrt sind in eine Zeit der Abschreckung. Wie sieht Ihre Einschätzung aus? Also die rhetorische Mobilmachung, die wir von der NATO erfahren haben, in Form dieser Knalltüte von Anders von Grasmussen. Sie dürfen das nicht sagen als Parlamentspräsident, aber ich denke, wir sind uns einig. Das sind gemütlich. Diese rhetorische Aufrüstung, die da erfolgt, ist natürlich gefährlich, weil rhetorische Brandstifterei häufig der Anfang zu umfassenderer Brandstifterei ist. Das Gleiche gilt für Teile der Medien. Das gilt für den Spiegel, der Stoppt Putin jetzt titelt, nach dem Abschuss dieses Flugzeuges, von dem wir bis heute nicht wissen, wer es abgeschossen hat und es merkwürdig ruhig drum geworden ist. Auf dieser Grundlage haben wir dann angefangen mit Wirtschaftssanktionen. Nach dem Abschuss eines Flugzeuges, von dem wir nicht wissen, wer es ist. Wirtschaftssanktionen haben nach der Krippe gehört. Nein, die haben richtig gegriffen, dass man meinte, dass man richtig was machen muss nach dem Flugzeugabsturz. Also, die Wirtschaftssanktionen würde ich auch gerne kommentieren. Natürlich wäre das schön, wenn man mit Hilfe der Wirtschaftssanktionen ein erfolgreiches Druckmittel hätte. Ich bin aber wesentlich skeptischer als Sie. Seit 50 Jahren gibt es eine Wirtschaftsblockade von Kuba, eine kleine Zuckerinsel. Und da sind die Kastros immer noch an der Macht. Ein russischer Präsident, der aufgrund von Wirtschaftssanktionen nachgeben würde, wäre nicht mehr lange russischer Präsident. Das würde nichts anderes machen, als den Trotz der Russen enorm zu forcieren. Und deswegen glaube ich, ich würde mir ja wünschen, es würde klappen, wir haben Wirtschaftssanktionen gegen den Iran. Wir haben das Mullah-Regime dadurch nicht in die Knie gezwungen. Wir hatten Wirtschaftssanktionen gegen Saddam Hussein. Haben auch nichts genützt. Ich glaube nicht entfernt, dass diese Wirtschaftssanktionen mehr sind als voll klogen. Was sollte denn... Da bin ich anderer Meinung zu. Also, Sie haben die Beispiele, da haben Sie recht. Das hat nicht funktioniert. Es gibt auch Beispiele, wo es funktioniert hat. Und das Apartheid-Regime in Südafrika mit Wirtschaftssanktionen in die Knie gezogen. Gut, in diesem Fall kann auch Putin mit Sanktionen reagieren, die wiederum den Westen sehr treffen würden und auch osteuropäische Länder treffen würden. Was würden Sie tun, Herr Brecht? Was würden Sie tun? Was soll der Westen tun? Sollen wir irgendwie die Arme verschränken und reden? Also, im Grunde genommen ist ja die Haltung, die wir jetzt einnehmen, dass wir sagen, also jetzt müssen wir trotzig reagieren. Also, was wir heute auf dem NATO-Gipfel erlebt haben, ist trotz. Also eine Verschärfung der Rhetorik. Ja, und gleichzeitig zu sagen, also wir müssen militärische Lösungen finden. Militärische Lösungen, die im Zweifelsfall, wenn die Russen tatsächlich das Interesse haben sollten, sich Polen einzuverleiben oder die baltischen Staaten einzuverleiben, nichts nützen würden. Die einzige Möglichkeit, die Garantie der baltischen Staaten zu machen, wäre die Stationierung von Atomwaffen. Verständigung darüber, dass es keine militärische Lösung gibt, das sagt auch Barack Obama. Also darüber war die NATO-Sichtbar der Anrufe. Ja, aber gleichwohl soll eine Eingreiftruppe gemacht werden, die ebenfalls nichts anderes ist, als der Versuch, sein Gesicht zu wahren, weil diese Eingreiftruppe im Zweifelsfall der russischen Armee nicht ansatzweise standhalten könnte. Das heißt, man geht diesen alten Weg immer weiter, statt hinzugehen, die Frage zu stellen, die Sie als erstes gestellt haben. Worauf will Putin an Männer eigentlich hinaus? Ja, territoriale Integrität oder nicht? Darüber müssen wir reden. Da ist die NATO im Augenblick in ihrer Geistesverfassung nicht so in der Lage. Aber es muss die Europäische Union machen. Wir müssen rausbekommen, was denn überhaupt die Absicht ist, damit wir nicht in Talkshows darüber spekulieren müssen, sondern dass wir ganz konkret machen, welche Schritte müssen wir machen. Klar, einerseits eine Garantie, die Ukraine wird nicht NATO-Mitglied. Wie verhält es sich zur EU? Darf die Ukraine EU-Mitglied werden? Unter welchen Bedingungen? Darüber müssen wir jetzt reden. Alles andere, was wir machen, ist ein trotziges Weiter-so in die falsche Richtung. Und ehrlich gesagt, diese Art von Rhetorik, da gehört auch der Bundespräsident zu, die an die Zeiten des Kalten Krieges erinnert. Die halten Sie für schädlich? Das ist extrem gefährlich. Und wir fragen Katja Gloger, nochmal nach Ihrer Einschätzung, soll die Ukraine in die EU, auf gar keinen Fall in die NATO? Auch das hat in dieser Sendung schon eine Rolle gespielt. Wie soll der Westen jetzt reagieren? Soll er diese Situation einer möglichen Waffenruhe abwarten? Oder ist es aus Ihrer Sicht schlau, eben auch die Daumenschrauben, wie man so schön sagt, ein bisschen mehr anzuziehen und mehr zu drohen? Der Westen hat nicht viele andere Möglichkeiten, als beharrlich und geduldig auf zwei Dinge hinzuarbeiten. Das eine ist die Chance einer Feuerpause in einen möglichen Waffenstillstand und dann in Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine unter Beteiligung der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten zu bringen. Und zum anderen die Ukraine beharrlich, geduldig und auf einen langen Zeitraum angelegt, darin zu unterstützen, dass sie ein demokratischer Staat ist, der sich Richtung Europa bewegt. Eine militärische Lösung ist ausgeschlossen. Und was die Rhetorik betrifft, Herr Precht, nur dieses eine Wort noch. Schauen Sie drei Stunden russisches Staatsfernsehen und dann wissen Sie, was giftige Rhetorik ist. Danke, Herr Röni. Wir müssen an dieser Stelle leider Schluss machen, weil der Kollege Markus Lanz schon wartet. Ich hatte vorhin versucht, mal die Chance zu nutzen und Ihnen beiden auch die Gelegenheit gegeben, nach Ihren Hoffnungen und Erwartungen zu schauen und zu fragen. Könnten Sie sich, Herr Chiminiz, vorstellen, dass es am Ende eine Ukraine gibt, die auch einen neutralen Status hat? Wenn ich richtig verstehe, Prinzip der Demokratie, dann entscheidet die Mehrheit in der Gesellschaft. Stimmt. Ich kann Ihnen ganz deutlich sagen, was jetzt mein NATO betrifft. Wir haben jetzt keine Mehrheit, keine Intention. Wir haben blockfreien Status, das vom Parlament beschlossen wurde. Eine wichtige Sache für uns, da bin ich auf Ihrer Seite, Frau Glogger, Reformen, Reformen, Reformen. Das ist die Aufgabe, das werden wir tun und das müssen wir tun. Wir haben jetzt die Situation, dass wir endlich jetzt mal anfangen sollen. Würde Putin, Herr Grinin, die Frage an Sie am Ende akzeptieren können und wollen, dass die Ukraine im Lichte eines solchen Prozesses nie Mitglied der NATO, aber der EU würde? Ich habe mehrmals betont, das ist die Entscheidung der Ukraine. Und alles, was wir wollen eigentlich, das ist die Kompatibilität der Abmachungen zu finden, die die Ukraine mit der EU abschließt und die sie mit Russland abschließt. Werden Sie es zulassen, war meine Frage. Wenn Sie die Kompatibilität gefunden haben, dann ist das... Dafür sind die Konsultationen da. Dann machen wir heute einen Punkt und hoffen auf diese Konsultationen. Ich darf mich ganz herzlich bei dieser Runde des heutigen Abends bedanken. Verweise Sie sehr rasch weiter an den Kollegen Markus Lanz. Nicht ohne zu erwähnen, dass Ihnen Richard David Precht die nächsten 30 Minuten mit all Ihren Fragen uns im Internet noch zur Verfügung steht, im Chat noch zur Verfügung steht. Und jetzt ist Markus Lanz dran und hat unter anderem Wladimir Kaminer bei sich zu lassen. Tschüss, bis nächste Woche, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017